Willkommen zurück zu meinem Let's Play Stellaris. Letztes Mal ist unser Konstruktionsschiff leider von Piraten vertrieben worden. Wir haben Piraten bevor wir noch irgendwas anderes haben, was mich aber nervt und ärgert und grauslich ist. Auf jeden Fall bauen wir jetzt gerade ein wenig Flotte auf und diese Flotte werden wir dann zu den Piraten schicken und dann schauen wir mal ob diese Piraten nicht von uns auseinander genommen werden können. Schauen wir mal wenn wir das schaffen, können wir dort oben noch eine Station bauen. Das ist ein sehr schönes Gebiet. Derzeit fehlt uns vor allem Energie. Da sind wir gerade bei Plus Minus Null. Das ist irgendwie wenig. Das ist gar nicht gut, während wir genügend Mineralien haben, aber alles was wir jetzt bauen kostet Energie und das ist gar nicht gut. Ja, vielleicht findet sich ja noch irgendwas um unseren Energievorrat etwas zu verbessern. Na gut. Ja, da sind wir hin. Dann fass du da mal hin. Was macht ihr? Diese argen Kerl. Das sind ekelhafte Typen. Die greifen dann meine Station an. Kann das sein? Ja, das kann sein. Stärke 175. Na ja. Dann. Auf, auf. Station unter Attack. Was fällt euch ein? Noch dazu die Station, die mir Dings liefert. Das gibt es ja wohl nicht. Kommt es nur her. Die zerstören mir da einfach meine Station. Das ist so arg. Das ist ein Minus an Energie. Nur euretwegen. Spinnst ja total. Das Droption Ship. Flieg und Sieg. Was ist denn mit euch? Kommt sie gefälligst und vernichtet sie diese Typen da? Warte mal. Kann ich mir das näher anschauen? Was kann ich da machen? Kann ich irgendetwas machen? Oh Gott. Ah, wir gewinnen. Wir gewinnen. Wir abschießen. Okay. Haben wir sie abgeschossen? Haben wir sie abgeschossen? Lost. Einen. Lost. Zwei. Pirate Raiders. Was heißt? Was heißt No Legal Signed? Was mit unserem General? Okay. Was auch immer wir jetzt da gerade sehen. Wir scheinen gewonnen zu haben. Da requieren wir ein Science Ship. Na gut. Science Ship. Science Project. Structure Ship. Structure Ship. Structure Ship. Doma Fritos. Hier. Geht mir. Da hin. Hier. Hier. Kommt's da her. Und dann zur Station. Ja ja. Auf jeden Fall. Hier. Hier. Auf jeden Fall. So. Fleet Combat Stats. Hm. Sehr gut. Wir scheinen gewonnen zu haben. Ah. Verstehe. Da dürfte noch die zweite Flotte auch reingekommen sein. Aha. Ähm. Und was ist das? Ah ja. Das ist das Second Hask. Ah. Verstehe. Die sind dann auch noch eingetreten. Hier. Hier. Und jetzt hier auch hier her. Gut. Time Project. Ja. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Entschuldigung di, Wohinigt ist da. Das ist ziemlich wohl. Wenn wir es haben kann man alsun. Aha. Das ist sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. kann man die zusammenfügen Was ist das? Merch, das klingt gut. Ah, die sind fully repaired. Gut, dann werden wir als nächstes darüber fliegen. Hey, we've analyzed debris. Defect is plus 10% progress. Na, das klingt ja gut. Physics research plus 20 und 25. Gut, science ship. Dann wirst du das gleich mal machen. Naja, das hatten wir schon. Mhm. Construction complete. Hostile fleet engaged. Das ist eine elende Station. Wie vernichtet sie? Asteroid output. Fascinating. Was previously thought to be assorted mountains in the southern hemisphere of Aegeleon 5 have been identified as the massive skeletal remains of a single colossal alien lifeform. Oh, ein wirklich großes Viech. The balance have been dated as 3.4 billion years old. Also schon wirklich alt. But our scientists have ruled out that Aegeleon 5 could have supported life on that scale at any point in the planet's history. Science officer Ksaspak irgendwas has prepared a special research project to delve further into this mystery. The situation is updated. Hmm. Halt. Wo wird's? Investigate. Sox? Na dann. Machen wir das doch klappt. Researchen wir das doch. warum auch nicht wir scheinen zu gewinnen sehr gut was jetzt so ihr zurück hierher so dann werden wir hier noch ein paar von diesen Schiffen bauen und vielleicht noch ein zweites Science-Ship diese Science-Ships sind ziemlich wichtig offensichtlich wir haben einen Asteroiden-Auto-Post vernichtet gehört das eigentlich zu den Factions? warte mal die sind natürlich jetzt nicht mehr da weil irgendwie haben wir die hier besiegt also hoffentlich so das heißt aber wir könnten theoretisch dieses Schippernakel da hier schicken ach Gott die Stärkung ist doof oh da hat man einen Frontier Outpost dann können wir das mal erforschen obwohl vielleicht wäre es sogar besser wir würden nicht das dorthin schicken sondern vielleicht weiter nach fairer Ton dort ein Outpost nicht hier ach so ich habe das aus ah da bauen wir das nächste sehr gut yes da bauen wir das nächste ist eine Hüterpornische Farm hier special project complete our continued studies of the massive skeletal remains on Aechelia 5 have managed to shed some light on how the creature in ended up on the planet there are very faint residual energy readings that indicates some kind of dimensional portal existed briefly towards the rear of the skeletal hmm pass through this gateway from another dimension only to quickly perish in the hostile environment of hmm why did this and where it came from are questions that may never be answered astounding 200 experience das ist ja cool und physics research gained by 60 auch gut ähm yep 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 ah stop 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 so was ist mit dir Frau einem Zwetschgenröster du hast experience 637 wow du brauchst noch mehr experience weil mit der experience kannst du im endeffekt also wenn du genügend experience hast kannst du dann das erforschen das brauchen wir wir brauchen dich auf level 5 repariert sehr gut auf hat ist dann und wir auch Okay. Hey, wir haben ein zweites Science Ship. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das hat man gesagt. Das heißt, wir brauchen einen neuen Leader für das neue Science Ship. Wir rekruten noch einen Leader. Und zwar nehmen wir den halt einfach. Der kriegt eine Experience. Das klingt gut. Und den hauen wir dann auch gleich auf das Science Ship drauf. Und dieses Science Ship macht sein Zeug. Das heißt... ... 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 Part. Das einander nehmen oder observieren. Wir sind furcht, wir observieren. Warte mal. Mining drone observation task. Was tut 100? Engineering. Derzeit ist das Engineering... Was macht das Engineering derzeit? Mineral storage. Dann werden wir das besser nicht. Ah ja, das brechen wir ab. Pfeif drauf. Also abbrechen. Wir werden es mal unterbrechen. Sagen wir es mal so. Das klingt auf jeden Fall nicht schlecht. Wo ist es da gefunden? Wo haben wir das gefunden? Hm. Wo ist denn das? In welchem System? Steht Sicherheitshauer nicht da. Na gut. Herrschaften? Ich glaube, ich werde jetzt noch ein paar Sachen machen. Ich werde jetzt wieder pausieren, aufhören oder sonst was machen. Auf jeden Fall nicht weitermachen. Gut. Also dann, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Auf nach Stellaris. Und schauen wir, ob wir neue Leute kennenlernen. Epsilon meines. Wo sind die anderen hin? Hatten wir nicht einen anderen? Meines auch noch? Den wir erforscht haben. Interessant. Wo sind die hin? Da ist ein Alien Menace und dort ist ein anderer Alien Menace. Pff. 666. Arg. Wie schaut das bei uns aus? 280. Naja, eher traurig. Na gut. Wie gesagt. Auf Wiedersehen. Schlaf gut und dort was Schönes. Bis dann.